ja einfach sie auch langsam aufpassen und noch mal ein leben wir brauchen eine printing press dafür brauchen wir da kann sie machen ob sie dann kannst du unten kann so ob sie herausnehmen ich habe noch nicht umgestellt da ist es da müsste jetzt der kopf sieht ja noch immer drin sein ja wenn man das eine wandert nicht in die kiste weil wieder von einer b porten weil wieder sich das um warte die malen wir können die 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 den haben wir ihn welche trinken oder so potions, somewhat enough, night vision, healing, splash, fire resistance, swiftness, strange Ich mach noch einmal YOLO-Mode Nein, YOLO-Mode im Arsch, ich bin da runter geflogen Ich hab eine Chance Okay, jetzt hab ich wieder zwei Leben Ich bin runter geflogen, aah, kacke Und es waren keine Witches oben drauf Ich möchte dir das mal noch Ja, ja, weißt du, was abgeht Ja, das macht halt immer noch Wum Aber die Witches, die kämen in dieser Flüssigkeit von dir Ja, den ersten Spawn hab ich kaputt gekriegt Das explodiert ja immer noch Ja, das wird die ganze Zeit explodieren Warum? Weil die Creeper da auch noch in Sinn und sowas Weil das da die ganze Zeit am Explosion ist Voll immer noch Ich bin sicher Hallo Nur 400 Wo bist du gerade? Ja, oben Warum existiert das immer noch, das Meer? Ich bin oben, wo wir immer sind Ich bin oben Ich glaube, Ingo sterben Tiere Hm, wir sterben Tiere hier drauf Oh, kann sein, jetzt wird's auch So, ich kann's Ich riskier's Ich riskier's Ich riskier's noch ein Leben Danach weiß ich's nicht mehr Oh Oh Oh, oh 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 Okay Da sind jetzt drei Spawner sind da weg Okay Oh, die beiden hinteren Fine Geh, um Fine Irgendwie passt die Musik Gerade dieses D-d-d-d-d Diese Schnelligkeitsmusik Oh, jetzt geht das Irgendwie noch nicht Ich hasse es, dass man nicht Dinger Nee, nee, nee Ähm Ähm Rechte Woche Gleich jetzt Ja, viel ist da nicht mehr Es sind noch die Hinteren beiden Zumindest schon mal Auf zu explodieren Junge Ach, ja Alter Schwede Mit dem Langbau, ne Kriegst du bis dahinten Bis zur anderen Seite der Kuppe Kriegst du die Zombies getötet Okay Nichts Das Ding ist okay Aber denk dran, dass die Kickbacks brauchen, wenn du welche Ich bin gerade überlegen, nochmal reinzuspringen Stehe kurz davor So Ich hab so wenig Leben noch So Könnte jetzt böse Enden gehen YOLO oder nicht YOLO? Das ist hier die Frage Schauen wir rein Ich hab noch Sieben Leben Okay Ne, ich brauch ein paar Blöcke Ich brauch ein bisschen ein paar Blöcke Damit ich ein bisschen safe bin Eventuell Damit ich mich einfach safer fühle Ich nehm einfach diese Netherback Dinge mit Und vielleicht geh ich auch direkt auf die andere Seite Dann machen wir hier vorne den Eingang zu Nicht, dass du hier einfach runterfällst Das ist ein Zombie Ich meine, ne, da auf der anderen Seite runterfällst Ja, aber bin ich du? Ja, aber du siehst kaum die Löcher hier Im pinken Glas Warum bin ich nicht gut? Lass mich du was töten Nein Ja? Man lässt dich nicht einfach töten Spawn auch mit Schiss? Oder ich lass mich lieber runterkriechen Die loswerden hier Splash Splash Und Weg mit dir Komm Spawn noch welche Wartefuck Boom 5 Euro Das knallt Ein Spawner ist noch da Okay Das Problem ist, wenn da so eine Spinne hochkommt Und Da, scheiß, hab ich in die Dinger reingekommt Nicht runterkrieg? Ja Naja, nicht die Spinne hat mich abgelenkt von der Witch Das ist das Problem Den krieg ich jetzt aber auch noch Problem ist dann Muss ich eine Plattform da machen oder so Da schick da Wasser runter und Machen wir dann eine Plattform dahin, dass ich safe stehe Komm, ein Leben riskiere ich nur danach muss ich aufpassen Ich glaube, ich habe jetzt mehr Leben verballert als du Das ist eine Zeit Glaub ich Hast du auch nur noch 5 oder 6 oder so? Ach, das geht Jetzt kriegst du es der Lied Ja, oh Gott Bin noch da Hast du jetzt das Ich habe schon das so abgebaut Hast du hier einfach so reingetan Wenn du siehst Ja Bahn machen oder Quest beenden Ja, mach doch was meins Was ich nicht abbauen konnte Ich habe die Blöcke abgebaut Ja Die hättest du da machen müssen Und dann Send in die Quest Ja, und warum machst du es nicht? Oh, guck, die Quest sind schon wieder welche, Betty Was sind Times? Ich kann Band immer Welche soll ich gebanden? Ja, ich habe jetzt eine Goodpack jetzt bei gewesen, ne? Keine Ahnung Colored Blocks Darksteer, okay, Cookies Dance Urecal Ich geh nochmal unter YOLO Und ich muss erst wieder leben voll King Ich habe noch eine Healing Was ist mit Eiern unten? Keine Ahnung Hier kommen eher die Ähm Da sind ja nicht eher die Federn entgegen Ja Da kommen die auch Ich glaube, die legen keine Eier Nee, aber ich glaube, die kannst du töten für Eier Ich glaube, das geht Ich glaube, das geht So Let's time for YOLO Last time Vorne die Federn haben wir ja Wir sind fertig Fehler hatten wir vorher schon fertig Die ganze Zeit nur random welche hatten Ja, aber warum wohl? Alter, dieser langen Bogen, ne? Der Shepard Aber alles weg, ey Wenn ich mal treffen würde, die Oliwitsch hier vorne Ah, geht auch Boomer, Katzen, Tschüss Wenn die Maschine hier So So Ähm Ah, Spinne Deswegen habe ich das gemacht Oh mein Gott, nein, du blöde Kackspinne Oh man, diese Olle Spinnen Weißt du, da unten ist nichts Schlimmes Diese Spinnenboxen ein Immer wieder der Weg Oh, ich muss noch so ein Feuereimer mitnehmen Das habe ich gerade vergessen Sagen, schmeiß mir welche runter Dann ist aber schon geschehen, dass mich Spinnen mich runtergekickt hat Oh man Oh man Ach ja Wie viel Leben hast du eigentlich noch? Ich will ja hin Ich fahr mal wieder hin Den brauchen wir auch Äh Hallo Mike Oh mein Gott Ich glaube der Chunk muss erstmal laden Für dieses Observatorium Moment, wir dürfen jetzt Spawner nicht zerstören Wither Dust, ne War das nicht irgendwas? War das nicht eine Quest? Ah ne, Kill Wir müssen killen Wither Witches Ähm Okay Eigentlich ein bisschen snipern Wither Witches oder Dinger auch They get to use Witches and dance around and all the lilies with their crazy cats Kein Problem Äh Fire Ich habe ein Firebucket nämlich mit 21 Wenn ich den töte Müsstens 22 Seil Was ist denn das Loch? Da Da Oh, es sponiert Ah, es sponiert Oh, da muss ich die Katzen töten.